Jo Freunde, ich brauche heute mal eure Hilfe, denn wir spielen zum ersten Mal Rette die Welt. Ich möchte mal schauen, wie man dort am besten schnell weiterkommt im Level in Rette die Welt und auch wie man schnell leveln kann in Battle Royale dann, dass wir hier einfach die nächste Season relativ schnell noch ein paar Level dazu kriegen können. Das möchte ich mal testen, deswegen, wer alles Rette die Welt spielen kann, wer sich da auskennt, wäre nice, wenn ihr mir da einmal helfen könntet, entweder hier in die Kommentare schreiben oder gerne nach Twitch rüberkommen, mir da live im Chat helfen. Ich bin nämlich jetzt live auf Twitch, ich spiele jetzt mein erstes Mal dort Rette die Welt und es wäre einfach nice, wenn da einige sich finden lassen, die halt sich mit dem Spiel einigermaßen auskennen, weil ich habe es noch nie gespielt, wirklich und ja, das wird auf jeden Fall relativ flott noch vorankommen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da mal ein bisschen vorbeischauen würdet und mir an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen Tipps geben würdet. Deswegen, kurzes Video hier zur Info für euch, für Rette die Welt und kleine Streamerkündigung, dass ich halt ab jetzt wieder online bin auf Twitch. Link wie immer in der Beschreibung unten, checkt es aus und fühlt mich freuen, wenn ihr vorbeikommt und dann würde ich sagen, bis gleich, haut rein und ciao.